Einen wunderschönen guten Abend und willkommen beim Livestream. Beziehungsweise auch gleichzeitig an alle, die über YouTube schauen, herzlich willkommen zum Video. So, es geht los. Wir machen heute die Auslosung vom Gewinnspiel. Einige Leute haben kommentiert und da habe ich mir heute was Besonderes überlegt. Und zwar zeige ich euch das Ganze mal. Jawohl, und ich glaube, die Musik geht klar, ist nicht zu laut. So, und zwar losen wir das Ganze auf eine ganz coole Art und Weise heute aus. Und zwar über eine Murmelbahn. Das heißt, ich kann euch das mal zeigen. Ich gehe mal ganz kurz hier in die App Names. So, dann stelle ich doch erstmal die Kommentatoren vor, die alle fleißig unter dem Video kommentiert haben. Wer heute mit im Rennen ist. Und dann schauen wir einfach mal. Es gibt ja drei Plätze zu gewinnen. Dazu komme ich gleich noch. Einmal, ich mache jetzt einfach nur Vorname. Ich mache jetzt ohne die Nummer und nicht den ganzen Namen. Da überschneidet sich auch nichts. Also, Teilnehmer. Lea, Laura, Maxi, Edward, der David, Fanatic, Mrs. 43, Sven Kutice. Also, ich sage jetzt dann einfach Sven, weil es wird jetzt dann gleich alles sehr hektisch mit den ganzen Murmeln. Mobenson nix tun. Auch coole Name. Ich sage einfach mal Mobenson. Platzhirsch, Silent Dev und GP. Das sind die Teilnehmer. Zwölf Leute haben kommentiert. Und ihr seid somit mit im Rennen und könnt eines von drei Gegenständen gewinnen. Es gibt einen ersten, einen zweiten und einen dritten Platz. So, ein Augenblick. Ich schalte mal nochmal kurz um. Just Chatting. So, dann zeige ich euch auch nochmal, was ihr gewinnen könnt. Ein Augenblick. So, fangen wir mit dem ersten oder mit dem letzten Platz an? Wir fangen mal mit dem dritten Platz an. So, der dritte Platz gewinnt die Cam Chan, ist Seilspanner, ja, es fokussiert sogar, diese Dinger hier. Ich will jetzt da gar nicht viel rumwurschteln, weil das ist auch der Gegenstand, der so verschickt wird. Ziemlich cool, ne? Da ist auch ein Seil dran, ein Paracord und man kann damit, ohne dass man irgendwelche nervigen Knoten machen muss, einfach sein Tapspannen oder Zelte oder was weiß ich, eine Hängematte vielleicht auch. Für Hängematten geht es bestimmt auch. Zum Beispiel einmal um den Baum, hier einhängen, tschack. Und wenn es dann irgendwann wieder locker wird, kann man es wieder nachziehen, ne? Und auch easy aufmachen. Sehr, sehr geil. Habe ich eigentlich jetzt mittlerweile fast immer auf meinen Touren dabei. Das ist der dritte Platz. Der zweite Platz, ich habe sie sogar da, aber ich habe sie leider nicht aufgeladen. Mensch, sonst hätte ich euch das jetzt kurz zeigen können. Der zweite Platz kriegt die Kopflampe von Outdoor Whites. Die ist sehr, sehr geil. Die schaut ein bisschen lustig aus, aber dieses Band hier vorne, ne? Dieses LED-Band, da hast du eine extreme Weitwinkelausleuchtung. Also wenn du da im Wald unterwegs bist, siehst du links und rechts von dir im Blickfeld eigentlich alles, was in deinem Blickfeld ist, ist dann hell. Und an der Seite hast du auch nochmal so eine Extra-Taschenlampe für weitere Ausleuchtung, wenn du irgendwas in der Ferne, irgendwo ein Geräusch gehört hast und mal schauen willst. Und was ich geil finde, warum ich die immer gerne dabei habe, ist einfach, dass du an der Seite diesen Sensor hast zum Ein- und Ausschalten. Das ist mega praktisch. Nicht vorne, wenn du irgendwas machst, sondern seitlich. Und der erste Platz kriegt den Live-to-Go-Wasserfilter Basic Plus. Ich verwechsel das immer. Basic Plus Upgrade, da gibt es ganz, ganz viele Versionen. Das müsste der Basic Plus sein. Genau. Und da ist eben auch diese Handpumpe dabei. Das heißt, du kannst dir mit einer so einer Kartusche, da müsste auch, glaube ich, ich hoffe, ich habe recht, ich hoffe, es ist einfach richtig so, eine Ersatz-Kartusche sein, mit einer Kartusche filterst du 1000 Liter Wasser. Das ist jede Menge. Zum Beispiel der von Grail, da filterst du nur 250 Liter Wasser pro Kartusche. Korrigiert mich, falls ich falsch liege. Genau. Und da kannst du halt einfach richtig das Wasser pumpen in irgendein Gefäß draußen. Mega praktisch. Habe ich eigentlich auch immer dabei, den Wasserfilter. So, gut. Na, wenn ich nicht weiter rumlabern, dann starten wir direkt mit der Auslosung. So, wir gehen wieder auf Live-Gaming. Da sind wir wieder. Also, wir haben ja alle zwölf Namen dabei. Ich habe übrigens, ich mache mir die Musik trotzdem noch ein bisschen leiser. Ich weiß nicht. Ja doch, ich glaube, oder? Müsste eigentlich klar gehen. Ja. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mit der Verlosung. Wir starten. Ich habe übrigens alle Level hier mal ausprobiert. Ich war auch bei den Community-Leveln. Habe hier mal rumgeschaut. Da gibt es aber immer wieder Level, wo ganz viele dann einfach aus dem Level rausfliegen gleich am Anfang. Durch irgendwelche miesen Sachen. Und ich persönlich fande... Ich glaube, ja, das müsste das hier sein. Endurance-Test. Fand ich eigentlich bis jetzt am besten. Wow. Moment. Warum kann ich jetzt hier nicht draufklicken? Moment, wir gehen noch mal in die Einstellungen. Streamer. Streamer, Color, das machen wir alles mal aus. Okay, Moment. Ich habe hier gerade... Ach ja, deswegen. So, das Level finde ich am fairesten. Ich würde sagen, wir starten direkt. Wir starten. Ich bin selber voll aufgeregt. Schauen wir mal, wer gewinnt. So, wir schauen erst mal, ob alle da sind. Ich zähle mal nach. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Alle am Start. Ja, ne, auch weil, ob jetzt jemand hinten oder ganz vorne ist, das macht in dem Fall keinen Unterschied, weil es werden hier, wir werden es sehen. Ich werde jetzt auch die Kamera steuern. Ich hoffe, ich mache das gut. Wir werden hier so viele Hindernisse haben, dass es eigentlich theoretisch furzegal ist, wer wo startet, hat keiner irgendeinen Nachteil oder einen Vorteil. Gut, und dann würde ich sagen, starten wir den Countdown. Fangen wir an. Ach ja, es ist ohne Countdown. Okay, wir legen direkt los und schau mal. Bis jetzt kann man noch gar nicht sagen, wer vorne liegt. Ihr kennt das, wahrscheinlich von irgendwelchen Tiergärten, wo man eine Münze reinwirft und es dann Ewigkeiten rollt. Das ist jetzt hier auch so. Wir haben leider keine Hintergrundmusik. Platz hier ist ganz vorne, dicht gefolgt von Edward. Und jetzt geht es hier gleich rein in den Tunnel. Wir warten natürlich noch und gehen dann mit der Kamera durch den Tunnel und hoffen, wir bleiben nicht hängen. Jawohl, Platz hier kämpft sich durch den Tunnel, biegt hier rechts ab. Wir schauen mal, wieder dicht gefolgt von Edward und auf der linken Spur, Mrs. 43. Jawohl, weiter geht's. Spannend, spannend, spannend. Platz hier bahnt sich seinen Weg um die Kurven und jetzt kommen auch die ersten Hindernisse. Die sind jetzt nicht groß, aber vielleicht bleibt auch jemand hängen. sauber durchgekommen, alle beide. Mit dem großen Abstand auf dem dritten Platz gerade, Mrs. 43. Rechts oben sieht er es auch nochmal. Der gerade Weg ist hier, glaube ich, der schnellste. Ja. Oh, Mrs. 43. Mrs. 43 hat, nee, nicht den ersten Platz. Okay, ich dachte jetzt schon. So, und hier geht's runter. Wieder ein Hindernis. Hängen geblieben. Platz hier. Platz hier. Ah, okay, Mrs. 43 bleibt auch hängen. Platz hier bleibt ganz vorne. Edward war auch der zweite, ne, am Anfang. Bleibt auch zweiter Platz. Schauen wir mal, was hier so abgeht. Oh, jetzt, jetzt wird's spannend. Platz hier, mit einem riesen Abstand, ne. Fanatic ist jetzt auf dem zweiten Platz, da hat sich was geändert. Edward ist jetzt auf dem fünften. Ah, okay, wieder auf dem dritten, wieder auf dem dritten. Das kann sich jetzt sehr, sehr schnell alles ändern, aber Platz hier gibt einfach Gas, ne. Platz hier geht einfach ab. Und ich glaube, wir haben auch schon mal den ersten Platz. Ich glaube, wenn er jetzt hier nicht rausfliegt, das kann natürlich auch, das kann natürlich noch passieren, ist gemein. Jawoll, Platz hier auf dem ersten Platz. Der Wasserfilter geht schon mal am Platz hier. Und der zweite Platz, oh, jetzt wird's spannend, es wird spannend, an Laura. Laura hat den zweiten Platz und den dritten Platz hat, wir warten mal noch, Edward. Edward ist auf dem dritten Platz. Leider nicht mehr der zweite, aber der dritte Platz. Jawoll. Wir warten natürlich, dass alle am Ziel sind. Und jawoll. Platz hier ist. Du hast den ersten Platz gewonnen. Du kriegst den Wasserfilter. Moment, wir gehen doch auf Final Results. So, hier. Jawoll, hier haben wir's. Also, Platz hier ist. Mein Glückwunsch. Du hast den Wasserfilter gewonnen. Viel, viel Spaß damit. Du wirst auf jeden Fall Spaß damit haben. Dann der zweite Platz. Die Kopflampe geht an Laura. Auch meinen Glückwunsch. Mega geiles Teil. Hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß damit. Und der dritte Platz geht an Edward. Die Chemgem-Seitspannung. Wie schon gesagt, auch mega, mega geil. Also, ich finde alle drei Produkte einfach der Hammer. Vor allem auch das, um irgendwas draußen zu spannen und immer wieder nachzuspannen. Das spart einem so viel Zeit. Mega. Ich danke euch riesig fürs Mitmachen. Danke. Und auch an die Leute, die jetzt nicht gewonnen haben. Wir werden auf jeden Fall, das war nicht das letzte Gewinnspiel, wir werden das auf jeden Fall wiederholen. Schauen wir mal. Ich denke mal, wenn wir die 2000 geknackt haben, safe. Wenn wir auch nochmal ein Gewinnspiel machen auf Instagram, weiß ich jetzt aktuell gar nicht, wie viele Follower wir haben. Da werde ich auf jeden Fall auch eins machen. Und auf Twitch, wenn da auch mal die Followeranzahl ein cooles Level erreicht, eine coole Zahl, dann werden wir da auch mal ein Gewinnspiel machen. Habe ich Bock, vor allem ich finde das mit dieser Murmelbahn, macht mega, mega viel Spaß. Jawohl, so, ich mache jetzt für mich mal noch einen kleinen Screenshot. Ach, da muss man ja immer erst. Geht das so? Ja, haben wir gemacht. So, ganz wichtig. Alles klar, was müsst ihr jetzt machen an die ersten drei Plätze? Bitte mir auf meine E-Mail, die schreibe ich jetzt hier gleich in den Chat mit rein. Das Ganze, meine E-Mail, für die Leute, die jetzt nur auf YouTube zuschauen, meine E-Mail in www.visavision.de oder mein Instagram ist beides in der Videobeschreibung mit drin. Da habe ich das auch nochmal alles erklärt mit dem Gewinnspiel. Da mir bitte einfach schreiben, dann antworte ich direkt. Genau. Ich werde aber auch nochmal unter dem alten Video, dem Gewinnspiel-Video selber, unter euren Kommentaren dann schreiben, dass ihr gewonnen habt. Genau. Und den Rest machen wir dann da einfach aus. Alles klaro. Cool. Dann haben wir es für heute. Reaction schaffe ich leider heute nicht mehr, weil ich habe noch einiges an Arbeit auf dem Tisch. Heute leider. Wieder ein krasses Projekt am Start. Aber nächste Woche am Mittwoch. Vielleicht werden wir am Wochenende auch eine Runde Live-Zachen. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Gut. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.